Ja, schönen guten Tag. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema in Kontakt kommen, das für viele schwierig ist, nämlich das Gefühl von Ekel in der Pflege. Pflege ist ja nun bekannt als Arbeitsfeld für emotionale Arbeit. Das bedeutet, man muss viele Gefühle kontrollieren und in eine bewusste Richtung schicken. Aber es ist wenig darüber bekannt, wie Pflegende eigentlich mit Ekelgefühle zurechtkommen. Ekel ist erst einmal ein sehr mächtiges, grundlegendes Gefühl, das wir haben, das uns eher überwältigt, also übernimmt und das vielfältige Folgen hat für unser Verhalten, für unser Empfinden. Es ist also kein isoliertes Gefühl, sondern es hat viele Verzweigungen auf unser Denken, auf andere Gefühle, auf unsere Handlungsmuster. Ja, und in der Regel taucht Ekel auf bei Schmutz, bei körperlichen Ausscheidungen und stellt evolutionstheoretisch betrachtet einen Schutz vor Ansteckung und Tod dar. Ursprünglich ist Ekel ein Impuls, Fremdkörper aus dem Mundraum zu entfernen. Und daher hat Ekel viel zu tun mit den Themen Mund, Geruch und Ausspeien. Das sind eigentlich so die Ebenen, die hier mit involviert sind. Andererseits ist Ekel aber auch abhängig von der Kultur. Also was man als eklig empfindet, ist auch, also zum Beispiel in Japan, gilt es als eklig, sich in der Öffentlichkeit die Nase zu putzen, bei uns dagegen eben nicht. Und der Ekelmechanismus wird im Grunde genommen genutzt, um sehr früh ein bestimmtes Verhalten einzutrainieren. Also was sich gehört und was sich nicht gehört, zu unterscheiden. Und das, was sich nicht gehört, ist dann eben eklig. Ja, das heißt Verhaltensweisen und tendenziell auch die Personen, die dieses Verhalten an den Tag legen, werden dann quasi nach außen geschoben werden, ausgespien. Ja, werden also exkludiert, könnte man sagen. Also Ekel hat eine starke Verbindung zu Themen wie Ärger, Verachtung und Mangel der Empathie. Ja, das kann dann natürlich auch zu Gewalt führen, klar. Gesundheitsarbeiter haben nun mal von ihrem Beruf her viel mit ekligen Themen zu tun, dürfen diese Gefühle aber auch nicht unkontrolliert zeigen. Also sie müssen diese Gefühle in Schach halten. Sie müssen also, dass sie in irgendeiner Weise entweder unterdrücken, modulieren, kontrollieren und es nicht nach außen gegenüber dem Klienten unkontrolliert zeigen, weil das natürlich verletzende Konsequenzen für den Klienten hat. Wenn man das aber über längere Zeit macht, ja, man kann das durchaus zu solchen Dingen wie Burnout, Erschöpfung und Verlust des Mitgefühls, dazu kann das führen. Man kann sich nicht mehr so abgrenzen und man fühlt sich selber vielleicht ein Stück weit schmutzig oder ausgesetzt und ist dann irgendwie bemüht, diese Beschmutzung oder diese Depersonalisierung wieder zurückzuweisen. Also man spricht davon, dass Menschen, die viel mit Schmutz zu tun haben, eine Art sekundäres Stigma bekommen. Also man ist dann quasi genauso stigmatisiert wie die Person, in die das Stigma ursprünglich trifft. Ja. Also man versucht durch Abwärtsvergleiche die Beschmutzung abzuwehren, zurückzugeben, Distanz wieder aufzurichten, das eigene Selbstwertgefühl zu erhalten. Also Ekel, der nicht benannt, ausgesprochen reflektiert wird, der kann sich sehr negativ für die Art der Interaktion auswirken. Ja, die englische Studie, von der ich berichte, die beschäftigt sich also mal näher hier mit dem, was ist eigentlich darüber bekannt, so wie Pflegende so mit Ekel umgehen. Und die haben elf Studien gefunden, die sich damit beschäftigen und sortieren das unter drei Grundaspekten. Der eine ist, dass es Pflegenden offensichtlich sehr schwer fällt, über Ekel zu reden. Also Ekel ist eher so ein Thema, worüber man schweigt. Ja, und darüber nicht zu reden, gilt dann eher als Ausweis der Professionalität. Also obwohl man ja viel damit zu tun hat, wird das wenig thematisiert. Man spricht dann eher über schwierige oder herausfordernde Situationen, aber man sagt nicht einfach, ich habe mich furchtbar geekelt. Also man macht das Gefühl ein Stück weit unsichtbar. Das kann natürlich auch daran liegen, dass das Gefühl so mächtig ist, dass es einem quasi die Sprache verschlägt. Ja, das ist also es als unbeschreibbar zu nennen, ist dann die Art, das zu beschreiben. Ja, aber wie gesagt, der Preis für das Schweigen kann eben sein, dass man einen eher mühsam, höflichen, angestrengten, aber nicht authentischen Kontakt aufrechterhält und die Verbindung zum Klienten eher meidet. Ja, besonders schwierig ist es, das ist so das zweite Thema, wenn es so zu Grenzüberschreitungen kommt. Und Ekel hat insofern mit Grenzüberschreitung zu tun, als dass, wenn Wunden so aufbrechen, wenn Stuhlgang unkontrolliert rauskommt, wenn Erbrochenes da ist, aber besonders, wenn so Tumore da sind, besonders auch im Gesichtsbereich, ja, dann überschreitet das sozusagen die natürlichen Grenzen und das kann auch was in der Pflegekraft brechen. Ja, also das ist im Grunde genommen etwas recht Entsetzliches und Grenzwertiges, dies zu sehen und zu riechen und dann damit auch umzugehen. Ja, und dafür brauchen dann Pflegende eine bestimmte ritualisierte Praxis, wenn man will, eine Art Management, um die Kontrolle zu erhalten und die Professionalität zu wahren. Und Patienten werden dann vielleicht eher in ihren Zimmern gehalten, werden unter strengen Schutzvorschriften versorgt und so eine Studie von Lorten, die beschreibt das so, dass man versucht, diese Brüche, ja, diese Ausbrüche, wo der Körper quasi unkontrolliert, formlos, gestaltlos nach außen bricht, dass man die irgendwie versucht zu kontrollieren, zu isolieren. Ja, und dieses Grenzmanagement, wie man das so beschreiben könnte, das kommt aber oft an seine Grenzen, gerade im Kontext von Demenz, und zwar bei sexuell übergriffigem Verhalten. Da ist das so, dass diese Rituale, um dieses Grenzmanagement aufrechtzuerhalten, quasi kollabieren. Also Dienstkleidung, Schutzkleidung, Handschuhe, standardisierte Prozeduren helfen mir nicht, wenn der mehr ans Geschlecht geht oder mehr an die Brüste packt. Ja, das ist, das wird dann als sehr starker Ekel empfunden, weil hier wiederum massiv eine Grenze verletzt wird, aber diese Grenzüberschreitung, für die habe ich keine ritualisierte Praxis zur Verfügung. Deswegen werden sexuelle Übergriffe als besonders schwerwiegend und eben eklig empfunden. Was ist so ein Gegenspieler des Ekelsystems? Da könnte man sagen, das ist die Empathie. Also ein Versuch, bewusst meine Wahrnehmung und Empfindung umzupolen. Ja, und dann kann es dazu kommen, dass man Ausscheidungen eher als gesund und normal beschreibt, dass man die Ekelarbeit eher so beschreibt, dass man damit die Würde des Betroffenen und der Angehörigen wahrt. Ja, also Empathie könnte so eine Art, oder ist es auch oft so ein Gegenspieler. Man geht sozusagen in einen anderen Mindset und aus diesem heraus kann man quasi den Ekel im Ansatz überwinden. Das ist so hier die Vorstellung, von dem Pflegende oft reden. Allerdings ist der Ekel manchmal mächtiger, durchschlagender. Und meistens versucht man dann in als eklig empfundenen Situationen schneller zu arbeiten, durch den Mund zu atmen, auch schneller das Zimmer zu verlassen und, ich sage mal so, Zuwendung eher zu minimieren. Und das kann auch manchmal dazu führen, dass man dem Patienten, dass man dem so negative Attribute anhängt, wie das macht der extra, ja, oder immer nur bei mir, oder, ja, so. Also das hat so das Gefühl, ich muss mich dagegen wehren, mich mit diesen Ekelthemen, die der mir aufzwingt, zu beschäftigen. Ich gebe ihm was zurück. Auch hier ist es natürlich so, dass je qualifizierter Pflegende sind, desto weniger geschieht ihnen das. Aber je mehr man dem quasi ungeschützt ausgeliefert ist, desto größer ist die Gefahr. Ja. Spannend, so einige Pflegende unterscheiden zwischen bekannten und unbekannten Schmutz. Also wenn der Geruch quasi ein bekannter Ekelgeruch ist, dann kommt man damit eher klar, als wenn es ein unbekannter ist. Also insgesamt kann man sagen, Empathie kann helfen, den Ekel zu überwinden. Allerdings hat das höchstwahrscheinlich seine Kosten. Ja. Ja, in der Diskussion, sagen so die Autoren, also Pflegende sind eigentlich menschlichen Grenzsituationen. Im gewissen Sinne ungeschützt ausgesetzt. Ja, und zwar vor allen Dingen dann, wenn sie nicht gelernt haben, diese Grenzsituation als Grenzsituation wahrzunehmen, zu beschreiben und sich darüber auszutauschen. Und darüber nicht zu reden, ist dann ein Ausweis der beruflichen Ehre. Da hat man quasi einen Stolz darauf, dass man das so aushält. Und das ist im Grunde genommen ziemlich quer. Ja, also das ist quer. Also Professionalität würde sich eher dadurch auszeichnen, dass man es genau zum Thema macht. Dass man auch seine Grenzen beschreibt. Aber darüber nicht zu reden, ist im Grunde genommen eher ein Ausweis mangelnder Professionalität. Die Autoren, die knüpfen an an Gilbert, der sich mal mit diesen Themen beschäftigt hat. Und der sagt, es gibt so drei eng verbundene Systeme der Affektregulation. Und hier sind vor allen Dingen zwei relevant. Nämlich so das System von Bedrohung und das System von Sicherheit. Und Ekel, das gehört eher so zum System der Bedrohung. Und wenn ich mich bedroht fühle, dann wird quasi die Empathie runtergefahren. Also ich kann mich nicht vor jemandem oder vor etwas ekeln und zugleich mitfühlend sein. Das ist schwierig. Das geht nicht gleichzeitig zusammen. Und umgekehrt gelingt es einem, das System Empathie und Sicherheit ausreichend genug zu aktivieren. Dann schlägt das Ekelgefühl unter Umständen nicht so stark durch. Also Empathie, könnte man sagen, stellt eine Brücke dar, um das Ekelgefühl im Ansatz zu kontrollieren, um professionelle Zuwendung zu leisten. Ja, allerdings auch hier muss man sagen, das Ekelgefühl ist sehr, sehr mächtig und schlägt eben oft auch durch. Nicht, also Empathie ist nicht quasi so ein Rezept, das man nach Belieben hochfahren kann, um Ekelgefühle zu vermeiden. Und deswegen ein Übermaß an Schweigen, an Kontrolle, an Ertragen. Ja, das schwächt auf die Dauer das Mitgefühl und hüllt die Empathie von innen aus. Also ohne eine bewusst gelebte Praxis der Selbstpflege, wozu eben auch gehört, über diese Dinge zu sprechen, sich auszutauschen, Grenzen zu ziehen, geht die Empathie auf die Dauer kaputt. Ja, soweit mal heute meine Ausführungen zum Thema Ekel in der Pflege. Wie immer, ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wenn Sie sich mal melden, wenn Sie dazu eigene Erfahrungen beitragen. Vielleicht kann das ja mal ganz spannend sein, sich so im Forum darüber auszutauschen. Schauen Sie auch sonst mal auf unsere Blogbeiträge. Ansonsten alles Gute Ihnen und schönen Gruß Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017